Im heutigen Video will ich dir einen kurzen Überblick über die App von Fitbit geben. Was dich genau erwartet, erfährst du gleich. Hey, ich bin Thomas und gebe dir hier Hilfe zur Bedienung von Fitness-Apps, Fitness-Trackern und Outdoor-Navis. Heute stelle ich dir die App von Fitbit vor, die du benötigst, um eine Smartwatch oder einen Fitness-Tracker von Fitbit zu nutzen. Dazu habe ich das Video in folgendem Kapitel geteilt. Installation unterstützte Systeme und Kosten, Verwendung Standalone und mit Wearables, Funktionen, Auswertung und Statistiken, Menüaufbau und Individualisierung und Verknüpfung mit anderen Apps. Smartphones mit Android ab Version 8.0 sind mit der Fitbit App kompatibel. Sie kann, wie die meisten Apps, über den Google Play Store installiert werden. Für iOS ab Version 13.4 findest du die Fitbit App im App Store. Du kannst sie auf deinem iPhone und iPod Touch installieren. Auch wenn dein Gerät die Systemvoraussetzungen für die Fitbit App erfüllt, kann es wahrscheinlich zu Problemen in der Kompatibilität kommen. Mehr darüber erfährst du auf Fitbit.com. Du legst dir auf Fitbit.com oder während der Installation und Einrichtung der App einen Fitbit Account an. Mit diesem kannst du dich auf Fitbit.com in dein Profil einloggen und deine erfassten Daten sichten und bearbeiten. Dazu kommen wir aber in einer späteren Anleitung. Zur Erfassung und Darstellung deiner physischen Werte kannst du die Funktionen der App kostenlos nutzen. Zugriff auf die erweiterte Analyse, zum Beispiel deiner Schlafaufzeichnung, Stress- und Achtsamkeitstraining, sowie auf Spiele und Wettkämpfe erhältst du über das Premium-Abo. Näheres dazu findest du auf Fitbit.com. In meiner App ist Fitbit Premium aktiv. Die Fitbit App nutzt du in der Regel mit einem Fitbit Wearable. Die Geräte werden über Bluetooth, was dann eingeschaltet sein muss, verbunden. Dazu gehst du einfach ins Konto und dann auf Gerät einrichten, wählst hier aus einer Liste dein Wearable aus, klickst drauf und musst dann auch noch bestätigen auf dem Gerät. Die Kopplung verläuft hier relativ zügig. Du bist aber nicht zwingend darauf angewiesen, hier ein Wearable zu nutzen, um Werte mit der Fitbit App zu erfassen. Ganz unten siehst du Mobile Track. Du kannst Mobile Track aktivieren, dann werden die Sensoren deines Smartphones genutzt und alles, was du damit aufzeichnen kannst, sind dann Schritte und zurückgelegte Distanzen. Deine Fitbit App erfasst abhängig von der Ausstattung deines Wearables Schritte, den Puls, dein Schlaf, die Hauttemperatur, EKG-Werte, deine Atemfrequenz und noch einiges mehr. Manuell kannst du dein Befinden zur Analyse deiner Stressbelastung eintragen, deine Trinkmenge und Kalorienaufnahmesteuerung. Für die Ernährung verwendet die App gescannte Barcodes und manuell erfasste Lebensmittel. Verschiedene Trainings und Coachings, beispielsweise für besseren Schlaf, steuerst und verwaltest du ebenfalls manuell. Die Auswertung der erfassten Parameter erfolgt über den Hauptscreen der App. Hier erhältst du einen ersten groben Überblick über die erfassten Werte. Ich kann dir das mal zeigen, hier beispielsweise in den Schritten. Dort kann ich dann noch durchschalten und habe hier die einzelnen Tage aufgelistet. Wie du siehst, habe ich die App noch nicht allzu lange im Test. Ich kann dann wieder zurückgehen auf den Hauptscreen. Ich sehe das hier beim Schlaf beispielsweise auch die Auswertung. Und habe auch hier wieder die Liste der einzelnen Tage. und kann dann über Plus weitere Wertemessungen hinzufügen. Das funktioniert hier auch. Schauen wir mal hier. Beim Trinken kann ich über Plus eine Trinkmenge hinzufügen, die dann hier meinem Tagessatz zugerechnet wird. Und dann sehe ich, ob ich im Ziel oder darunter oder darüber bin. Wenn ich dann hier noch im Beispiel Schritte das Ganze mal vergrößere, dann kann ich hier noch in der Wochenansicht mir das anschauen, in der Monatsansicht, Drei-Monatsansicht oder auf das Jahr hochgerechnet. Schalte ich das wieder aus, dann habe ich hier nur die Wochenansicht. Deine Statistiken kannst du auf fitbit.com aus deinem Profil exportieren und weiterverarbeiten. Wie das geht, das zeige ich dir dann in einem späteren Video. Auf der Startseite der Fitbit App findest du oben links dein Profilfoto. Ich habe hier noch keins. Ich tippe einfach mal drauf. Dann landest du hier direkt im Konto, wo das Profil, deinen Abo-Status angezeigt werden. Du kannst ein Familienkonto erstellen. Du siehst dann deine Geräte, die angemeldet sind. Und weiter unten gibt es dann noch Kontoeinstellungen, App-Einstellungen und so weiter. Rechtliches, Freigabe für Social Media. Wer kann was von dir sehen und Apps von Dritten. Gehen wir mal zurück auf den Startbildschirm. Dann haben wir hier oben rechts Nachrichten. Hier kannst du Nachrichten von Freunden empfangen oder kriegst hier Mitteilungen der App beziehungsweise deines Fitbit-Kontos. In der Mitte haben wir dann die eigentliche Anzeige der Daten. Hier haben wir gleich ganz oben eine Übersicht der vier wichtigsten Daten, die Zonenminuten, die Schritte, Kilometer und deine verbrauchte Energie. Und das kann man ändern, kann man bearbeiten, indem man hier einfach auf Bearbeiten klickt oder aber lang drauf tippt. Und dann kann man hier die Anordnung der Symbole ändern oder kann sie ausschalten. Wenn man sie nicht haben will, klickt dann auf Fertig und ich habe jetzt hier nur noch diese beiden Daten da. Kann wieder auf Bearbeiten gehen, schalte die wieder ein und kann hier auch wieder die Reihenfolge der Anzeige ändern. Auf Fertig wird es dann übernommen. Darunter siehst du weitere Werte. Hier zum Beispiel den Schlaf, wie viele Trainings ich gemacht habe, abhängig von meinem Ziel dann die Schritte, den Puls, die Gesundheitswerte, das Gewicht und deine Flüssigkeitsaufnahme, Stressmanagement. Hier unten habe ich dann noch ein Training. Und wenn ich jetzt mal lang auf einen drauf tippe, kann ich das jetzt loslassen. Und jetzt bin ich im Editor drin, wo ich meine Anzeigen verschieben kann. Also ich kann hier die Anordnung ändern. Nehme ich einfach mal die Schritte, halte hier lange drauf, schiebe die nach oben. Habe jetzt hier nicht die Schritte, sondern das Training, habe das Training nach oben geschickt in der Ansichtsleiste und sehe dann ganz unten unter Weitere Statistiken kann ich weitere Statistiken noch hinzuschalten, wie hier zum Beispiel für Frauen, Zyklus oder das Achtsamkeitstraining. Wenn du bereits alles eingeschalten hast, dann wird hier natürlich da unten die Liste leer sein. Hast du das Ganze so für dich zurechtgeschoben, wie du das möchtest, gehst du auf Fertig und deine Einstellungen werden übernommen. Dann gibt es hier noch Anzeigen, die mit einem Plus hinterlegt sind, wie zum Beispiel hier hat man das schon mit dem Schlaf. Wenn ich jetzt hier auf das Plus drauf tippe, kann ich weitere Werte manuell hinzufügen, wie beispielsweise jetzt ein eigenes Schlafprotokoll oder ich kann hierüber direkt ein Training manuell starten. Das schließe ich wieder. Siehst du hier, ist bei weiteren eingeblendeten Werten ist das auch möglich. Hier zum Beispiel die Flüssigkeitsaufnahme. Trage ich dann ein hier, wenn ich eine Flasche immer so meine Standardmenge habe und kann dann auf Speichern gehen und dann wird das zugerechnet. Sagt er mir, ich habe es geschafft, hat es auf dem Startbildschirm noch nicht aktualisiert. Ihr habt, gehe ich mal kurz und aktualisiere das, synchronisiere das und jetzt passt das Ganze auch. Ganz unten kommst du auf den Startbildschirm zurück, wo du siehst heute und das Fitbit-Symbol dazu, ganz unten links. Dann haben wir daneben den Button Entdecken. Hier siehst du Premium-Inhalte beispielsweise, kannst du an Spielen und Wettkämpfen teilnehmen, siehst weitere Produkte von Fitbit, kannst hier Trainingseinheiten nutzen, Achtsamkeitstrainings, Programme mit Anleitungen, zum Beispiel zum besseren Schlafen. Der nächste Punkt wäre dann die Community. Du kannst Gruppen beitreten, die sich um verschiedene Themen drehen. Ich habe hier beispielsweise einfach mal eine Gruppe abonniert, wo es ums Schlafen geht und da freuen sich dann die Leute, wenn sie gute Werte erzielt haben beim Schlafen, posten das hier. Man kann das kommentieren, kann es liken, anfeuern, kann auch eigene Sachen hier posten oder kann Freunde hinzufügen. Hier haben wir dann die Gruppen, kann man weiteren Gruppen beitreten. Ganz hinten ist dann noch der Premium-Button, wo du all deine Premium-Inhalte abrufen und nutzen kannst. Deine Fitbit-App kann mit anderen kompatiblen Apps verknüpft werden. Das zeige ich dir mal. Dazu gehen wir hier wieder Richtung Konto und schauen mal bei Apps von Dritten. Hier gibt es dann kompatible Apps, die über Fitbit bereitgestellt werden oder von Fitbit mit empfohlen werden. Die kannst du hier finden. Ansonsten gehst du auf Fitbit.com, dort hast du die Liste auch. Ich gehe mal wieder auf Fertig. Ich habe dann auch noch Apps von Dritten und hier habe ich mir beispielsweise eine App installiert, die mir dann ermöglicht, die Daten zwischen der Apple Health-App und der Fitbit-App auszutauschen, auszulesen und zu überschreiben. Hier kann ich dann auch den Zugriff wieder rufen. Man kann das noch mit weiteren Apps verknüpfen. Wenn du im Internet dazu suchst, wirst du da sehr zügig fündig werden. Wenn du an weiteren Anleitungen für Fitness-Apps interessiert bist, wirf doch mal einen Blick in die Playlist oben links. Hilfe zu Themen der Autonavigation liefert dir die Playlist unten links. Ich freue mich über einen Kommentar und eine Bewertung von dir und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, Thomas!